Die dritte Aufnahme an Ich will noch den Mondback fertig machen in der Aufnahme, hallo? Bitte, bitte hör auf Ey das reicht doch nur für 3 Tage Wenn wir die machen, haben wir wenigstens 3 Tage, ja? Bitte Geine Gnade Arne Du kannst dem nicht entkommen Du kannst dem Affen nicht entkommen Welchem Affen? Habe ich euch das Bild nicht geschickt? Mit dem Donkey Kong? Der Affe? Was? Donkey Kong? Mhm Doch irgendwas hast du mir mal geschickt Ich habe so eine Collage von Donkey Kong Remember when you were home alone and then this monkey came along Und dann sieht man so irgendein Donkey Kong spielt Donkey Kong guckt die ganze Zeit so richtig creepy Ah nein du hast mir nur äh Prepare your Arnus geschickt Ja das war nein nein Das war Lana Äh dann halt What's your name spelled backwards Fragt so ein Sloth also so ein Faultier Alter ich habe so Ich habe so oft den äh Wie hieß das nochmal Rauchball reingewirkt Dass es nichts mehr machen konnte Was Rauchball? Ja Rauchwolke Oder wie heißt die Attacke auf Deutsch? Ja Rauchwolke Ja Rauchball Ja auf Englisch heißt Smokeball Nicht Smokescreen Auch möglich Weiß nicht Die Animation ist ein Ball Die Animation sind ja sowieso scheiße Mhm Noch schlechter als im richtigen Äh Donkey Party hat ja nicht mal eine Animation Ja das hat auch keine Animation Ja das hat auch keine Animation Aber im original war Hatte es eine Ball Animation Das Slime versucht die ganze Zeit mich zu vergiften Das dumm ist ich bin Bivor Das bringt nicht viel Bivor kann vergiftet werden oder? Nicht mit einer Giftattacke Mit Giftgas zumindest Wie heißt die Attacke? Givorgift Givorgift Also ich drücke die ganze Zeit Ja das ist Käfer Gift Hey was bist du eigentlich für einer? Schon mal Pokémon gespürt in deinem Leben? Naja was ist Sag mir mal was Omon für ein Typ ist Du Genius Käfer Gift Jaja Es ist nicht Käfer Psycho Und wer wollte immer Eisattacken dagegen einsetzen? Nicht ich Ja ich auch nicht Jajaja Ich finde es immer witzig Wie Arnig an irgendwelche Sachen erinnert An die sich sonst keiner erinnert Dann lacht er sich einen ab Und behauptet steif und fest So ist es Kennst du dieses Gefühl Sokudo? Sag einfach Sahnes Ja ich sag gerne Sokudo Das hört sich an wie Sudoku Und dann denke ich immer Ich bin intelligent Und mache Rätsel Wenn ich mit dir rede Hört sich so dämlich an Junge Gesang Nichts hört sich dämlicher an Als deine Mutter Deine Mutter Bam 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 Hab ich dir gegeben Deine Mutter Deine Mutter ist das Essen Und wir sind die EA-Guys Deine Mutter Mutter Kotlett Deine Mutter Mutter Arne du solltest Rapper werden Feldbett Alter Super jetzt kriegen wir auf den dritten Park Spartan Strike Jumbo Jet Deine Mutter 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 Wieso sollten wir? Weil das nicht von uns ist Das ist von ihm Nein Gibt's das wirklich? Ja Von wem? Ich hab's nicht mal richtig gesungen Wer kennt das Lied nicht? Schäm dich Okay Arne ist schuld Arne ist schuld Arne ist schuld Arne ist schuld Du willst ein Gamer sein? Ich hab' dir vertraut Was heißt Du willst ein Gamer sein Wenn ich nicht bei Titty schaue Immer Jedes Video Ja Hallo Das ist eines von den Ältesten Den musst du einfach kennen Gerade Yplay Ich mein' Gamer YtC 1 zu 1 Yplay Wer ist der Kanal? Lass mal über Yplay reden Nein Lass mal Yplay reden Einfach nur Ich mein' allein, dass die mehr Abonnenten haben Als wir Ist schon eine Frechheit Also das Dafür, dass die so eine Scheiße hier Die ganze Zeit machen Oh ja Wir hätten schon so viele Abonnenten haben sollen Lass mal eine Facecam reinpacken Hauptsache der Autofokus ist an Ja Wenn ich weiß, wovon wir reden Guckt euch das Wie heißt Let's Let's Retro Donkey Kong hieß es glaube ich Mhm Von Yplay an Aber Yplay Beste Hä, was Was ist das für eine Folge? Ich bring' jetzt meinem Shilok Mega Heap und Mega Kick bei So machen das nämlich die echten Pros Ich mag Mega Kick gegen Stami Ja Wo sie Donkey Kong Country Abgefilmt Das erste Und aber hauptsache mit Autofokus an Also sie haben das abgefilmt Keinen Grabber benutzt In den Kommentaren stand sogar Ich äh Sie haben ja sogar einen Grabber Ja So ein Typ Hat so gemeint Ja haltet mal die Schnauze Wenn ihr keine Ahnung habt Das kann man nicht mit dem Grabber machen Und so ein anderer Typ so Ja ich habe einen Grabber von Aldi Da funktioniert das Und das stimmt Muss man echt ein bisschen Oh mein Gott Die sind mega schlecht Weißt du dann machen sie nicht mal wirklich ein Let's Play Die in dreiviertel vom Bildschirm wird von ihrer Facecam eingenommen Vergiss nicht wie sie Was sie in die Tags geschrieben haben Ja das also erstmal sagen sie es ist kein Let's Play Damit verteidigen sie sich immer Es ist kein Let's Play Neues Format Ja ein neues Format Und in der Beschreibung steht einfach Let's Play Das macht so keinen Sinn Solche Vollidiotten Ja eben sie mussten sich halt was einfallen lassen Womit sie sich verteidigen können Und dann fällt ihnen sowas ein Und dann ist es halt dummer Weil sie Wenn man dann noch Das andere hinschreibt Was man gerade verneint hat Irgendwie dumm Weiß auch nicht warum Ein neues Format Ja ja Neues Format Ohne Spaß Die machen ja nicht mal Die spielen immer Spiele an Und lassen es dann einfach Ja eben Wieso nennt sie das überhaupt Let's Play Wer will sowas angucken Und vor allem dann finden die alle das noch voll geil Ich mein es gibt nicht Leute die das Spiel richtig Let's Play hätten Sodass es sogar noch irgendwie geil ist das anzuschauen Es geht doch nicht mal Es geht nicht um das Spiel Es geht einfach nur um die Leute die die es gucken Also die ganzen Fanboys und alle Ja und außerdem sind es da noch so komische Leute auf diesem Kanal Was heißt komische Leute das sind halt die Jungs von Vertity von Apecrime und der Maxi von Giga Den keiner mag Ich hasse den Ich hasse den Das ist übelst der Spaß Der möchte sich immer in diese Videos ein Und der ist auch noch mega nicht lustig Hässlich Ich würde uns richtig gerne mal mega punch in die Fresse geben So wie mein Sherlock Oh, oh, der Pokémon an Spielung Ja, so wie mein Sherlock gerade im Tauburger hier Apropos, äh, wanna punch in the face Wir haben zwei Mal verloren Mhm Ach nochmal? Nein, wir haben zwei Mal verloren Oder meinst du, wo wir gemacht haben? Von fünf Ja, das war ja nur 3 gegen 3 Sollen wir heute noch eins machen? Mäh Ich hab das Gefühl, ich hab ja jetzt Pantheon Ich wollte halt auch noch irgendwann schlafen gehen Wann bist du heute wieder ins Bett? Alter, 18 Uhr Ähm Du müsst wissen, Tag-Nacht-Rhythmus ist nicht so sein Ding Ja, willst du mich eigentlich verarschen? 18 Uhr Ich will schlafen gehen Ja, was machst du, wann er ins Bett ist? Ich bin ja Wann bin ich aufgestanden? 8? Es ist mir scheißegal Auf wen weißt du es für Angst machst Was, wenn du 8 aufgestanden bist? 8 Uhr abends gestern? Du bist so ein Spaß Kannst du nicht einfach mal wie normale Menschen wach sein Ich weiß auch, dass es nicht gesund ist Erstens das und zweitens das ist nervig Alter Und dann beschwerst du dich, dass wir uns darüber beschweren Erstens Zweitens Normal ins Bett gehen Es führt zum Mainstream, ja Ich bin Hipster Und zweitens Yolo's Wreck Was ich kann nicht verteidigen Yolo Ist keine Verteidigung Oh, Beste Oh ernsthaft, das kann Leech Sieht das Bulbasaur Ich bin so gefickt So Ich frage wie lang geht der Barzau Und dann hör ich Ich hab keinen Bock mehr Ach mir Es macht wirklich Spaß, dieses Spiel Mein Gott, du bist einfach nur zu schlecht Du bist einfach nur zu schlecht Wo bist du denn grad? Ja, Gary motherfucking Oak Achso Ach, bist du schon bei der Golden Bridge? Mh, Nugget Bridge Ich bin auch grad dabei, diese scheiß Brücke zu machen Das braucht so ewig Ich hab eher das Problem, dass Gary motherfucking Oak mich gerade plättet Wollt ihr nicht mal auf mich warten, den kleinen Penis-Gipfel? Du bist so langsam Und das Spiel ist schon von selber so langsam Mh Ja, wenn mein B-Bo Äh, ich mein natürlich Gott so lang braucht, um ein billendes Pokemon zu töten Ich guck mal, ob ich dich finde Du findest mich nie Okay Ich hab verkackt Noob Ein Negro hat mich besiegt Immer ein Negro Shitler Bist du wirklich auf Channel 1? Ich ja Ja, ich bin ja grad besiegt worden Jetzt bin ich bei der Stelle, wo Gary motherfucking Oak gleich kommt Warte dann mal kurz auf mich Ich will gucken, ob ich dich sehe Oder guck du, ob du mich siehst Nee, ich tu nur so, als ob ich dich sehe Ja, siehst du mich? Nö, bis jetzt nicht Warum sagt der Team Rochel genau da? Ich stehe genau da Nein, ich bin doch auf 3 Hä? Ich hab doch Warum bin ich plötzlich auf 3? Jetzt bin ich wieder da bin ich Hi Eben Der Team Ich hab aber vorhin das gemacht Der Roop Ja, 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 ja Immer, immer wieder Nein Warum nicht? Block User Geht doch Und mein Ich hab zwar verkackt, weil ich nur 2 Pokon hab Und du Ja, okay, ne, ich bin sogar sehr effektiv gegen dich Ernsthaft Wart Doppelkampf Ja Ja Das war nicht das Problem Ich mein nur dein Mankey Ist ja auch schon so hoch Auf welchem Level seid ihr? Äh, 17 mit meinem B-Boer und 20 mit meinem Ja, natürlich Nein, ja, es ist so viele Level über mir Ja, ich hab's halt immer vorne und wechsel's dann aus notfalls Ach, verdient Ja, natürlich Er kriegt erstmal in der ersten Runde mit Glut den Burn und mit Karate Schlag den Crit Ich krieg zwar den Poison, aber das ist auch keine Entschuldigung mehr Und ich mein, du hast ja noch deinen Dings, oder? Ja, aber das ist Level 8 Das hab ich noch nicht trainiert Nichtsdestotrotz kann das was gegen mich Du kriegst das jetzt mal hin, ne? Ich muss nur überlegen Das ist jetzt taktisch echt schwierig, was soll man da machen Alles zu uneffektiv Ja, das stimmt, das stirbt ja nur grad egal Voll ineffektiv Hashtag so Hab ich grad mega Heap gemacht Ich mach die ganze Zeit nur mega Heap, oder? Nein, du hast eben schon Aqua Knarre Wie viel wiegt, Chillock? Ich find's interessant, dass mein Dings immer noch angreifen darf Mein Bebor So, ich lies jetzt das Spiel Ich bin grade in einer Endlosschleife gefangen, in der mein Bebor versucht dich anzugreifen Es wird dich infinite oft angreifen, ja? Pass auf Alter So, da hab ich wenigstens noch Step drauf No, there's no running from the trainer battle Ja, jetzt geht's plötzlich Hä? Ich versteh's nicht Das buckt rum Das ist einfach so ein Bebor bei mir Das hat aber keine Anzeige Hast du's überlebt? throat Eie Ja Mmeh, 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 mmeh Nuchuuu Carindsbeste Vielen Dank.